Es gab auch mal Tage, wo ich mir gewünscht habe, dass der Trainer Friedhelm Funkel mich nicht einwechselt oder mich nicht von Beginn an spinn lässt. Echt? Aber es gibt sicher Tage, wenn man schon in so einem Tief ist und treibt seinen Effekt und du versuchst einen Pass zu machen, der kommt auch nicht an, dann der nächste, dann der nächste, dann kriegst du ein Tor wegen dir und was noch immer, dann bist du ganz unten. Vielleicht ist man auch dann, dass man einen Spieler mal wegnimmt, weil wir so viel Unruhe, ich weiß nicht, ich habe jetzt Rapid gesehen. Gegen den WRC waren zumindest 20 Minuten lang fast alle zu tauschen. Also da hätte sich keiner beschwert, vielleicht haben sie schon in 20, 30 Minuten auf die Uhr geguckt, wenn das Spiel vorbei ist. Dann glaubts auch, wenn du gegen Bayern München spielst mit Eintracht und es steht 4-0 und wenn es in Ribéry zweimal attackiert, dann macht er noch zwei Drillen, dann schaust du mal auf die Uhr, noch 45 Minuten, oh mein Gott, was passiert?